Ah, da hinten schießt wieder einer. Diese blöde Zweihandwaffe. U-u-u-usil oder wie sie heißt, die nützt nix. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Das ist noch einer, der schießt. So, abhauen. Aber schneller bitte. Ach, da ist auch noch einer. Was macht er denn da? Untertitelung des ZDF für funk, 2017